Wir glauben, wir sind schon stark, also wir müssen sie nicht stärken, sondern wir müssen sie beibehalten. Die Qualität der Mitarbeiter ist ein ganz großes Kriterium und ist auch eine ganz große Herausforderung. Denn es gibt leider nicht beliebig viele und wir suchen die allerbesten. Wir suchen sie deswegen, weil wir ja nicht nur in Österreich tätig sind, sondern weltweit. Und um weltweit bestehen zu können, muss man weltweit einzigartig und weltweit der Beste sein. Ich glaube, sie muss spannend sein, sie muss Herausforderungen bieten und sie muss einfach hochtalentierten Mitarbeitern ein Umfeld bieten, wo sie sich entfalten können. Ich glaube, die Internationalität ist ganz spannend, die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Kulturen und auch das stetige Weiterentwickeln. Wir haben wahnsinnige Freude daran, an dem Entstehen des Norden. Derapeuten Und Team Unducing Swake Je Untertitelung des ZDF, 2020